Die Technik hebelt mich mal wieder absolut aus. Ich habe mich in mein Gammelschirt begeben, lasse es mir am frühen Sonntagmorgen gut gehen und versuche diesen Film nochmal mit Anstand über die Runden zu bringen. Ihr wart ja in Loma bzw. viele von euch waren in Loma und da habt ihr hoffentlich auch Thomas Teichmann kennengelernt. Thomas Teichmann wohnt in Hagen am Teutoburger Wald und ich stellte euch bereits von ihm dieses wunderschöne Pfeifchen vor, mit dieser kongenialen, nachempfundenen Sandstrahlung, die ihr mit dem Dremel macht. Ein wunderschönes Stück, sehr dünnwandig, aber unheimlich gutmütig. Das ist mir ein Rätsel, wie man aus so einem kleinen Teil so ein geniales Pfeifchen machen kann. Mit einem relativ großen Füllvolumen und allemal dazu angetan, erstens sehr schnell den Weg zu meinen neuen Kameraden zu finden und zweitens mehr haben zu wollen. Da ich ja nun mal nicht in Loma war, dachte ich mir, ein bisschen brauche ich auch was für meine Psyche. Also habe ich beim Pfeifenmacher-Forum geguckt und dort unter Tommy mit Doppel-M mir in der Galerie die Pfeifen von Tommy angesehen und habe dort diese von National Laser Pfeife entdeckt. Ein geniales Stück. Von der Form her kann man wirklich sagen, freehand, mittelbraun, nussbraun gebeizt mit Naturborke. Diese Naturborke setzt sich auch am Holmende weiter. Gleichzeitig habe ich euch zeigen können, dass es sich um keine 9mm Filterpfeife handelt. mit einem wunderschön langen Mundstück und seht euch nur diese Maserung an. Das ist schön lebendig. Das sieht richtig gut aus. Das macht richtig Spaß. Und da hier vorne anscheinend der Fehlerteufel wieder zugeschlagen hat, entwickelt sich auf dieser Pfeife ohne Übergang nach und nach eine nachempfundene Sandstrahlung, die fast wie ein Spinnennetz aussieht. Es ist einfach ein tolles Pfeifchen. Wobei ich mich immer wieder frage, lieber Tommy, wie kriegst du das hin? Es ist der Jagdewahnsinn. Wenn ich das einmal versuche, habe ich nur noch Löcher an der Pfeife. Es ist unheimlich schön zum Anfassen und passt prima zu diesem Pfeifchen. Es gibt der ganzen Sache etwas Individuelles. Sie ist wie gesagt ohne Filter, sehr leicht mit einem, naja, leicht mittleren Füllvolumen ausgestattet, weil sie ist relativ breit. Geht leicht konisch zu. Also Bier für Flaker auch was. Und das ist einer dieser Pfeifen. Mit denen kann man prima basteln, rumhantieren, weil sie wiegen nichts. Und man könnte theoretisch damit auch lesen. Irgendwie habe ich noch nie die große Freude daran empfunden, solche wunderschönen Stücke beim Lesen zu verwenden. Ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht möchte man seinen Lesegenuss nicht durchstopfen. Aufpassen. Weil im Stoppen ist ja doch eine ganze Ecke entfernt. Und, und, und. Unterbrechen. Aber Tommy hat dort mit einfachsten Mitteln, die er nur zur Verfügung hat, er besitzt wirklich keine Drehbank, nichts. Das ist nur ein Drehbimmel. Und ich nehme mal an eine Bohrmaschine und viele Pfeilen. Ein wirklich schönes individuelles Meisterstück geschaffen. Wobei diese nachempfundene Sandstrahlung da perfekt drauf passt. Weil sie gibt der ganzen Sache noch einen Hauch mehr Individualität. Und das ist schon was Feines. Jetzt habe ich also wieder drei Lesepfeifen ohne rundes Mundstück. Also genau das Richtige für mich als Beicher. Und was soll ich euch zu den Raucheigenschaften erzählen? Das ist einfach genial. Sie wird nicht heiß. Nun sauge ich daran auch nicht wie einer Trinkender. Aber sie verteilt die Farbe wirklich wunderbar. Und es macht eine ungeheure Freude diese Pfeife zu rauben. Nun habe ich also wieder drei. Und diesem Paket lag etwas bei. Der nackte Wahnsinn. Guckt sie euch an. Eine klassische Äppel. Mit einem sehr dünnen Holm. Fast von der Form her. Loffert mäßig. Sehr langer Holm. Mit einem langen Zwischenstück. Das am Mundstück angebracht ist. Dadurch wird die Form noch mehr betont. Einem Kambalent Mundstück. Ohne Filter. Wie auch. Guckt euch doch mal diesen Holm an. Der ist so dünn. Wenn man da jetzt noch einen Filter anbringen möchte. Müsste man mit Luftfiltern arbeiten. Oder anderen nebulösen Angelegenheiten. Das geht überhaupt nicht. Das Mundstück ist schön breit. immer im Verhältnis zur Pfeife gesehen. Und guckt es euch nur an. Es ist mir einfach ein Rätsel. Was hier so aussieht wie die perfekte Sandstrahlung. In Wirklichkeit die perfekte Handarbeit. Diese Pfeife ist in Braun gehalten. Und hat ein unheimlich schönes Anfassgefühl. Unten sind Punkte. Das ist natürlich klar. Weil. Wurde es sich um eine normale Maserung handeln. Wären am unteren Teil natürlich. Die. Bird Eyes zu sehen. Dementsprechend. Und. Gekennzeichnet ist sie wieder mit dem zulaufenden Tee. Sodass man jederzeit erkennen kann. Diese Pfeife hat Tommi Teichmann gemacht. Meine Lieben. Ich kann euch dieses Handgefühl gar nicht beschreiben. Das ist eine ungeheuer schöne Erfahrung. Da mit den Händen drüber zu gehen. Der Kopf ist glatt gelassen. In einem. Ja. Sehr dunklen. Nussbraun. Das Füllvolumen ist mittel. Leicht mittel. Und. Diese Pfeife hat kein Gewicht. Man könnte sie glatt einfach so vergessen. Man merkt es dann, wenn die Asche auf den Boden fällt. Aber. Das ist ein. Wirklich kongeniales Pfeifchen. Das nicht heiß wird. Die Wärmeverteilung erstreckt sich. Fast über den gesamten Holzbereich. Ähm. Und sie lässt sich wirklich prima fassen. Natürlich. Für die meisten von euch. Die ihr Filterraucher seid. Nicht unbedingt. Son plus Ultra. Aber. Für mich schon. Jetzt habe ich dann wieder das große Glück. Meiner kleinen Zahlenmythologie. Ein wenig mehr Nahrung zu geben. Indem ich jetzt. Drei wunderschöne Schätzchen. Bei Tommy habe. Ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Weil. Ich kann mir diese Arbeit nicht wirklich vorstellen. Es muss viel sein. Es muss viel sein. Man braucht ungeheuer viel Geduld. Sehr viel Formempfinden. Und. mit. Auch ein gutes Auge. So etwas hinzubekommen. Lieber Tommy. Kann dir. Nur. Für solche schönen Stücke. gratulieren. Wer so etwas fertig bringt. Ohne Maschinenpark. Der weiß schon was er kann. Und. Es ist auch nicht so leicht. Solche Sachen. Nachher. Wirklich. Fertig zu stellen. Und. Daher bin ich umso glücklicher. Dass ich die große Ehre haben darf. Diese schönen Stücke. Bei mir einzureinen. Sie werden. In meinem neuen Pfeifenschrank. Ich hoffe es. Einen Ehrenplatz kriegen. Und. Bitte sei auf diesem Weg noch mal. Vielmals gedankt. Es ist wirklich nicht selbstverständlich. Dass man. Solche Stücke bekommen darf. Und. Man sie auch noch bezahlen kann. Tommy ist wirklich. Ein. Sehr bescheidener Künstler. Der. In vielen Dingen. Eine ähnliche. Auffassung. Zur Pfeifenmacherei hat. Für unser Murat. Ich glaube. Beide sind. Im besten aller Sinne. Total durchgeknallt. Was. Die Qualität. Ihres Werkes. Angeht. Beide können mit Fehlern. Im Holz. Nicht leben. Haben schlaflose Nächte. Ärgern sich die Pratze. Etwas. Nicht hundertsiebenprozentig. Laufen ist. Sondern vielleicht nur. Hundertzwei. Sodass. Man sich wirklich. Wundern muss. Dass überhaupt. Noch. Ein Stück. Auf den Markt kommt. Beziehungsweise. Man. Die Chance hat. Käufig zu erwerben. Tommy erreicht sich. Über das Kunstportal. Punkt. Ich glaube. A.T. Also. Pfeifenmacher Forum. Bei Google eingeben. Ganz oben. Anklicken. Galerie. Tommy mit Doppel M. Pfeifen. Das ist. Ein echter Bringer. Wenn er. Dabei bleibt. Er. Vielleicht. Auch. Ab und zu. An die. Filterfraktion. Denkt. Dann. Wurt das. Noch. Ein ganz großer. Und. Guckt euch. Ab und zu. Mal um. Es macht. Spaß. Es macht. Wirklich. Einfach. Nur. Spaß. In diesem. Sinne. Wünsche ich euch. Einen. Wunderschönen. Sonntag. Verdaut. Loma. Gut. Beruhigt. Eure Nerven. Bereitet. Die Filme. Vor. Die ich gerne. Sehen. Erzählt. Mir. Von den. Begegnungen. Die ihr hattet. Von den. Pfeifen. Die ihr euch. gegönnt habt. Und. 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 Ich bin. Mal. Furchtbar. Neugierig. Ähm. Loma. War ja. Dieses. Jahr. Für. Einige. Andere. Von uns. Auch. Hallo. Eike. Aber. Wir. Bereiten. Uns. Innerlich. Schon. Auf. 2013. Vor. Da kann ich bloß sagen. Zieht euch warm an. Das wird eingemetzelt. In diesem Sinne wünsche ich euch. Wirklich eine wunderschöne Zeit. Habt Freude mit dem was ihr machen möchtet. Mit dem was ihr machen müsst. Mit. Mit. Den Dingen. Mit denen ihr euch. Gerne umgebt. Habt die Freude. Die. Der Moment einfach hergibt. Bleibt mir ja gesund. Oder. Werdet mir ja gesund. Und. Seid euch gewiss. Auch wenn es hart ist. Ich denke an euch. Euer René. Euer René.